Audi Leute, euer Mufthaka hier und heute gibt es das nächste Bildvideo und zwar endlich mit dem neuen PC aufgebaut, eingerichtet. Soweit läuft alles, ich hoffe auch Audio und sowas habe ich alles soweit gut eingestellt, dass wir da auf einem guten Stand sind. Ja, wie gesagt, Strandjäger wurde sich gewünscht jetzt in letzter Zeit öfter wieder, haben wir auch eigentlich lange nicht mehr behandelt. Ich habe jetzt ein aktuelles Bild gebaut mit den zuletzt hinzugefügten Aspekten, mit den beiden neuen quasi, dass wir das haben. Wieder mal ein Exo, was die meisten wahrscheinlich nicht nehmen, ich es persönlich aber für die stärkste Alternative halte, weil wir damit sehr schnell auch unsere Abilities wiederbekommen und so einen schönen Gameplay-Loop haben und uns auch wieder hauptsächlich auf unsere Fähigkeiten verlassen können. Wie immer ein bisschen Gameplay, danach gehen wir in den Bild-Talk und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wie immer ein bisschen Gameplay, dann gehen wir in den Bild-Talk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen rein und wir gucken uns als erstes mal das Exo an. Worum geht es? Natürlich um die Frosties. Mein persönliches Favoriten-Exo, wenn es um Strand geht, auch auf Stasis, funktioniert super gut. Es funktioniert generell auf jedem Fokusbaum, könnt ihr es ans Laufen kriegen. Aber gerade auf Strand und Stasis finde ich es besonders gut, weil wir da nicht so spezifische Exos haben wie mit anderen Fokusbäumen. Also hier ist es nämlich so, erhöhte Granaten, Nahkampf und Ausweichregulation beim Sprinten. Das Ganze ist dann verdoppelt. Ausweichen erhöht dein Sprinttempo. Ich glaube, das sind so 6,25 Prozent, die ihr dann schneller sprinten könnt. Nagelt mich nicht genau auf den Zahlenfest. Ihr müsst da nochmal nachgucken, weil so Pi mal Daumen müsste das hinkommen. Und die Ausweichregulation ist im PvP, glaube ich, auch nochmal um 200 Prozent erhöht. Aber wir wollen ja erstmal hier den PvP-Part. Da könnt ihr euch merken, das Ganze wird verdoppelt. Dann gehen wir in den Baum rein. Wir haben hier das waghalsige Ausweichen dabei. Einfach, weil wir uns den Nahkampf über den Dodge in der Nähe von Feinden wiederholen wollen. Und die Hangelgranate. Hangelgranate wichtig hier, weil wir können nämlich einen Aspekt wechseln. Und dann können wir das Bild ein bisschen anders spielen. Dann können wir nämlich auf das Hangeln basierend spielen. Wichtig ist auch, denkt dran, wenn ihr am Ende von dem Hangeln, dass ihr diesen Melee macht. Weil der macht erstens viel Damage und damit erzeugen wir auch Gewehre. Die sind auch wichtig. Also immer dran denken, nicht nur rumhangeln, sondern am Ende vom Hangeln auch den Melee machen in die Feinde rein. Bei den Aspekten, und da kommen wir gleich zu, dieser hier ist optional. Wir haben einmal die geflochtene Täuschung. Das Aktivieren deiner Klassenfähigkeit hinterlässt einen aus Strangmaterial gewebten Lockvogel, der die Aufmerksamkeit von Kämpfern in der Nähe auf sich zieht. Das ist sehr, sehr gut für schwierigen Content, weil ihr damit erstmal das Feuer von euch runterzieht. Und ihr habt quasi einen Tank da stehen, der erstmal die Aggro für euch zieht. Das Ganze ist auch gebufft worden, dieses Season. Sehr, sehr gut. Kann ich für schwierigen Content nur empfehlen. Und als zweiten Aspekt haben wir den wirbelnden Mahlstrom. Durch das Zerstören eines Gewirrs wird eine heftige, sich windende Masse von Strangfasern gewebt. Die Strangmasse sucht Ziele und fügt ihnen Schaden zu. Wenn sie sie besiegt, stößt sie zersetzende Projektile aus. So, hier ist es folgendermaßen wichtig. Wichtig, deswegen habe ich das gerade gesagt, wir brauchen natürlich Gewirre. Ja, die könnt ihr einfach kaputt schießen. Ihr könnt das Gewehr auch aufheben und schmeißen. Das ist egal. Da kommt im Endeffekt trotzdem hinter dieser wirbelnden Mahlstrom raus. Aber den lasst ihr auf jeden Fall immer drin. Was ihr jetzt alternativ in dem Bild ändern könnt. Alles bleibt gleich. Ihr müsst nur diesen Aspekt ändern. Ist, dass ihr quasi die Witwenseide reinnehmt. Ja, das heißt, ihr nehmt geflochtene Täuschungen, nehmt ihr raus, nehmt die Witwenseide rein. Damit haben wir eine zusätzliche Granatenladung und der Enterhaken erschafft ein Hangelgewirr am Hangelpunkt. Ja, das heißt erstens, ihr könnt direkt zweimal hintereinander, könntet ihr, könntet ihr hangeln, könntet ihr die Hangelgranate einsetzen, ohne dass irgendwas triggern muss. Wir machen das, ähm, wir machen den Hangelpunkt. Und wichtig ist auch zu wissen, für die, die es nicht wissen, wenn ihr das Hangeln startet und ihr cancelt das sofort wieder, indem ihr zum Beispiel nochmal die Granatentaste drückt, dann verbraucht ihr nur 50% eurer Granatenenergie für das Hangeln. Ja, das ist wichtig. Generell für schwierigen Content sage ich euch aber, nehmt ruhig hier die Täuschung mit, weil das ist wirklich sehr, sehr gut. So, bei den Fragmenten haben wir Fahrende Abwehr. Ja, und das ist ein Punkt, warum ich mich zum Beispiel gegen den Helm entscheide, ja, eine Sphäre der Macht aufzuheben, gewährt geflochtene Panzerung. Jetzt hätte man ja natürlich hier bei den Exos für den Jäger, hätten wir hier Kyr Tarachnes Fassade, ja. Hier ist nämlich so, erhalte eine geflochtene Panzerung, wenn du Hangeln aktivierst, zurückweichen, Widerstand, gut, das ist jetzt erstmal irrelevant. Ja, aber warum soll ich das nehmen, wenn ich sowieso andauernd Sphären habe und andauernd geflochtene Panzerung? Deswegen ist dieses Exo für mich tatsächlich eher eine Waste. Ja, natürlich, wenn man die ganze Zeit nur rumhangelt, dann muss man nichts irgendwie einsammeln. Da wir aber über einen Mod auf unseren Klassengegenstand relativ schnell und einfach Sphären einsammeln können, brauche ich das nicht und habe mich deswegen dagegen entschieden. Also, Fahrende Abwehr, ja, Sphäre aufheben, gibt geflochtene Panzerung, 55% Schadensresistenz, minus 10 Belastbarkeit. Dann haben wir Fahnen der Generierung, das Verursachen von Schaden generiert Granatenenergie, das haben wir grundsätzlich immer dabei, weil Granatenenergie ist im Endeffekt unser Hangeln, das wollen wir wieder zurückbekommen. Fahnen der Transmutation, während wir eine geflochtene Panzerung haben, erzeugen Waffentodesstöße ein Gewirr. Gewirr wiederum wichtig, dafür, dass wir Wirbelnarmalschrump triggern können, ja. Das heißt, das solltet ihr auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Und dann haben wir noch Fahnen der Ausbreitung, aufgelahrene Nahkampf-Todesstöße, gewähren deinen Strangwaffen zersetzende Geschosse, ja. Da wir grundsätzlich sowieso mit Strangwaffen spielen, in diesem Bild ist das besonders gut und mit aufgelahnen Nahkampfen ist einmal der normale Melee, ja, wenn ihr euer Messer da schmeißt oder was auch immer, oder der Hangel-Melee, ja. Von daher, das sind schon so die vier Besten, wo ich sage, die solltet ihr auf jeden Fall spielen. Optional packt euch halt hier das zweite Hangeln rein bei dem Aspekt, wenn ihr den Doppelgänger nicht haben wollt. Aber das ist grundsätzlich erstmal der Baum an sich. Bei den Stats natürlich, Belastbarkeit wird hier präferiert, ja, für die volle Schadensresistenz im PvE, die 30%. Wir wollen natürlich eine hohe Disziplin haben und danach gehen wir auf Mobi, weil Stärke ist nicht so wichtig, weil über den Dodge in der Nähe von Feinden holen wir uns unseren Nahkampf wieder zurück. Das heißt, Stärke wird hier nicht priorisiert. So, bei den Waffen. Ich spiele zum Beispiel hier gerne mit Stetes Vertrauen, ja. Das ist die, die ich auch schon auf meinen Strand-Titon gespielt habe. Sehr, sehr gut hier mit Stats für alle Faustkämpfer. Gut, Faustkämpfer ist jetzt nicht so wichtig hier für das Bild, aber generell die Waffe ist halt stark. Ihr könnt aber auch eine Quecksilber stielen, ihr könnt die Strang-MP spielen, die es da gibt. Also es ist total egal, aber ich empfehle euch trotzdem eine Strangwaffe. Das funktioniert sehr gut. Gut, dann ist natürlich hier für eine Spezi-Waffe ist das zum Beispiel gut wegen Demolierer, ja. Hier die iterative Schleife. Hier haben wir mit Demolierer, Todesstöße, gibt Granaten-Energie. Ist natürlich auch wieder gut, um das Hangeln schnell wiederzubekommen. Und ansonsten Heavy ist natürlich mit den zersetzenden Geschossen für Strangwaffen, ist natürlich auch gut, wenn ihr eine Heavy-Strangwaffe nehmt. Aber trotzdem könnt ihr ja was anderes nehmen. Also das Bild funktioniert auch grundsätzlich ohne das. Ihr bräuchtet auch keine Strangwaffen spielen, es würde trotzdem funktionieren. Das Ganze macht es halt nur noch ein bisschen besser. So, dann gucken wir uns die Mods an. Wir haben auf dem Helm, haben wir einen, ja ich habe jetzt hier noch einen Kinetic-Syphen drin, weil ich auch manchmal mit Wegbereiter spiele. Aber grundsätzlich auf jeden Fall harmonischer Scyphen, ja. Das heißt, wir bekommen über zwei schnelle Kills mit unseren Strangwaffen, eines wäre der Macht. Wir haben Dynamo, reduziert die Abklingzeit der Super, wenn die Klassenfähigkeit in der Nähe von Zielen eingesetzt wird. Und das machen wir ja, um einmal unseren Nahkampf zurückzuholen und um unseren Doppelgänger da abzustellen. Das heißt, Dynamo ist hier schon sehr gut. Man könnte dann noch alternativ gucken, je nachdem wie viel Platz man hat. Wenn ihr zum Beispiel keinen großen Stat-Mod hier drauf habt, könntet ihr dann zum Beispiel noch zugepackt nehmen. Gibt auch nochmal super Energie durch die Melee-Kills, die ihr macht. So, dann haben wir auf den Handschuhen, haben wir einfach nur schwerhändig, sorgt dafür, dass aufgeladen Nahkampf-Todesstöße auch eine Sphäre erzeugen. Und dann habe ich Einschlaginduktion, Schaden mit einem Nahkampf zu verursachen, reduziert die Granatenabklingzeit. Mehr passt hier leider bei mir nicht drauf, weil ich einen großen Stat-Mod drauf habe. Auch hier gilt wieder, wenn ihr hier zum Beispiel einen kleinen drauf habt, könnt ihr hier noch was anderes reinnehmen. Ja, da könntet ihr zum Beispiel dann noch alternativ, gewährt Klassenfähigkeit, Energie, wenn du Schaden mit einem Nahkampfangriff bewirkst. Fokusangriff würde hier auch noch sehr gut funktionieren. Aber bei mir passt es nicht, es ist aber auch nicht notwendig. So, auf der Brust nehmt ihr einfach drei Schadensresistenzen. Ja, das was ihr gerade braucht. Dann haben wir auf den Stiefeln Rekuperation. Einfach durch eine Sphäre aufheben, bekommen wir Heal. Ja, wir haben kein Heal mit Strand. Wir sind zwar ziemlich tanky durch geflochtene Panzerung, trotzdem zwischendurch kann Heal mal ganz gut sein. Und da wir die Sphären sowieso automatisch einsammeln, haben wir also Heal dabei. Dann haben wir Absolution, reduziert die Abklingzeit aller Fähigkeiten, wenn wir eine Sphäre aufheben. Und Innovation, dadurch wird die Granatenabklingzeit reduziert, wenn wir eine Sphäre aufheben. Und auf dem Klassengegenstand haben wir wichtig, mächtige Anziehung, wenn wir unsere Klassenfähigkeit einsetzen. Das heißt, unseren Dodge werden alle Sphären in der Nähe eingesammelt automatisch. Dann haben wir Verteilung, reduziert die Abklingzeit aller Fähigkeiten, wenn die Klassenfähigkeit eingesetzt wird. Das heißt, wir setzen den Dodge ein. Alles andere wird vom Cooldown reduziert. Und Bomber natürlich, Granatenenergie wird auch nochmal, die Cooldown wird auch nochmal reduziert durch den Dodge. Und damit sind wir durch damit, ja. Und das ist dann im Endeffekt das ganze Bild. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zum Spot in der legendären Kampagne. Dann zeige ich euch das einmal ganz kurz mit dem Wechsel für den Aspekt und dann sind wir durch damit. Kurze Ergänzung, ich habe es fast schon wieder vergessen, weil die Leute immer fragen nach dem Artefakt. Und zwar gehen wir das einmal im Schnelldurchgang durch. In der dritten Spalte, Tarnatotisches Gewirr. Todesschüsse mit einer Strangenwaffe, besteht die Chance, dass ein Gewehr erzeugt wird. Ist klar, kommt uns nur zugute. Wollen wir haben Elementalraserei, mehr Strandschaden gegen Champions. Gemeinsam abgeholt, wenn Verbündeter das Gewehr abhebt, wird die Abklingzeit des Gewehrs um 5 Sekunden verringert. Dann haben wir Fitmacher. Wenn wir unser Gewehr aufheben, bekommen wir Fähigkeitenenergie für die Fähigkeit, die am wenigsten Energie hat. Monochromatischer Maestro, 10% mehr Strand, Waffendamage und Elementarumarmung. Das braucht ihr eigentlich nicht. Da könntet ihr zum Beispiel dann hier Elementarmunition reinnehmen. Bei Todesstößen gegen Kämpfer mit Gewirr haben wir eine Chance auf Spezial- oder Heavy-Drops. So Leute, ganz kurz. Das ist jetzt die Variante mit dem Doppelgänger. Ja, das heißt, ihr hangelt euch irgendwo rein. Ihr killt die. Ihr habt das Gewirr. Ja, das können wir jetzt hier schon mal auf die Hexe schmeißen. Nuken die direkt mal weg, dass hier alles kommt. So, ihr geht mit dem Hangeln rein. Klatsch. Gewirr aufheben. Doppelgänger stellen. Zack. Hangeln ist wieder ready. Ja, es ist auch im Endeffekt schon alles tot. Hier können wir nochmal hangeln. Es ist eh nichts mehr da. Okay, ja. Habt ihr jetzt gesehen. Ja, im Endeffekt der ganze Raum steht sowieso. Brauchen wir nichts vormachen. Wir wollten sowieso walpen. So, jetzt wechseln wir das Ganze mal eben hier auf das Hangeln, ja. Dass wir die zweimal Hangelladung haben. Und da kann ich euch jetzt zeigen. Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so das direkt abbreche. Ja, habt ihr gesehen. Hangelpunkt ist gemacht. Wir haben aber nur 50% der Granatenenergie verloren, ja. Das ist wichtig zu wissen. So, auch hier gehen wir rein. Zack. Auch hier haben wir das Gewirr. So, machen wir die mal weg hier. Und wir gehen rein mit Hangeln. Dodgen. Nahkampf. Denkt dran, den Nahkampf wieder aufzufangen. Wir gehen wieder rein mit dem Hangelmelee. Wir haben noch einen Hangelmelee. Ups. So, da ist der Hangelmelee. Klatsch. Noch einen Hangelmelee. Klatsch. Noch einen Hangelmelee. Klatsch. Also, ihr seht schon, ihr könnt das Hangeln damit spammen, ja. Das war jetzt keine Parade-Präsentation. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Ja, ihr seht schon hier die ganzen Hangelpunkte, die wir gemacht haben. Funktioniert auch sehr gut. Ist auch in den meisten Content absolut viable. Ich würde aber trotzdem, wenn ihr Probleme habt, gerade so mit legendären Sektoren oder sowas, wo ihr Champions habt, dann würde ich schon empfehlen, nehmt da den Doppelgänger mit, weil der nimmt euch wirklich viel Arbeit ab. Und die haben ja das Leben von dem erhöht. Das heißt, der ist gebufft worden. Der kann sich wirklich viel Damage reinziehen für euch. Ja, Leute, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Schreibt's gerne in die Kommentare. Heute Abend wird auf jeden Fall gestreamt. Ja, mit dem neuen Setup. Und da werden wir auch ein paar Sachen noch verlosen. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.